Hallo Leute, willkommen zurück zu I Want to be the Guy, the Movie, the Game. Ja, letztes Mal Spaß mit Vögeln gehabt. Jetzt haben wir weiter Spaß mit Zombies. Shit. Hm. So, ein bisschen Tempo. Och. Ach ja, der Grabstein fällt hier da um. Hallo? Irgendwann habe ich es mal geschafft, in der Luftdor zu... ...saven. Dann muss ich nur noch einen kurzen Sprung machen. So. Uh. Hier habe ich beim letzten Mal richtig lang für gebraucht. So. Nein. Yep. Ja, der Speicherpunkt. Ich glaube, alle, wo WUSS dran steht, sind auch nur Medium. Wäre auch nicht da gewesen. Schon schön, dass der da war. Hm. Ja, die fallen beide um. Der fällt um. Hier. Hier. Ups. Geht man auch am besten schnell durch. So, den auslösen. Ah, shit. Damit nicht die ganzen Zombies spawnen. Das macht's nicht. Nur schwerer. Komm. Hm. Shit. Zweiten Sprung. Total von der Sitz. Hallo? So, da war ich aber hochgesprungen. Gut. Als erstes natürlich speichern. Oh nein. Leute, so weit war ich bei meinem ersten Durchspielen und... The big enemy is approaching Macbordo. Macbordo. Ja, Emiro hat für unseren zweiten Boss hier 20 Minuten gebraucht. Oh, kurz einen Moment. Egal, für einen Moment probiere ich es trotzdem nochmal. Ja, ich muss... Ups. Wie es sich für einen Boss gehört, ziemlich viel schießen. Und da ist es eigentlich schön, wenn ich die Tasten ein bisschen umbelegen würde, weil ich auch sehr viel springen muss. Aber naja. Ja, wie gesagt... Äh... Miro, der ja sehr viel besser ist als ich... ...hat drei komplette 10 Minuten Videos oder so gebraucht. Und wenn ich überlege, wie lange ich für Mike Tyson gebraucht habe... Oh Gott. Also bereitet euch schon mal vor, das hier ist Video Nummer 5 gerade... ...zu Video 10 oder so vorzuspulen. Der Zwischenwert, nix passieren. Ja, erste Form ist, denke ich mal, recht offensichtlich, was wir machen müssen. Wow. Ich kann mich nicht bewegen. Also ich kann nicht... Ach. Ne, das war mein Fehler. Ich habe auch den falschen Tasten oben gedrückt. Weil ich etwas umgegriffen habe, weil, wie gesagt, A und B gleichzeitig sinnvoll drücken ist einfach mies. Ich könnte natürlich versuchen... ...aufs Analoge zu verzichten, das digital rumzumappen. So, kommt. Oh shit. Ach, kurzen Moment nochmal. So, da bin ich wieder. Ich habe... ...hier das Ganze jetzt... ...äh... ...umgemappt. Ich spiele also mit Keyboard. Nur, dass da die Keyboard-Tasten auf meinem... ...Gamepad liegen. Genau so, wie ich es bei Prince of Persia gemacht habe. Und jetzt kann was. Oh, Birdo ja zeigen, wollte ich sagen, aber... ...irgendwie... ...wird das gerade noch nix. Komm her, Birdo. Ja, da waren einige Treffer bei. Ich weiß gar nicht. Ich habe den Sound... Oh Gott. Inzwischen nochmal ein ganzes Stück leiser gemacht. Oder was heißt, nochmal ein Stück leiser. Gut. Ich hoffe, man hört so halbwegs die Treffer-Sounds. So ein dumfer Ton. Mechabirdo hat drei... ...Formen. Ich hoffe, dass ich... ...gleich mal die erste geschafft habe. Und es wird natürlich nicht schöner. Die zweite ist schon ungemütlich. Und die dritte... Oh Gott. Gott bewahre. Nein, nein, nein. Oh, nicht richtig aufgepasst. Habe ich schon gesagt, dass das ein langer Kampf werden kann. Das Schlimme an diesem Kampf ist, man muss auch so vieles achten. Auf seine eigene Figur, wo gerade Birdo ist. Was aufs Feld kommt. Ach nein. Ich gucke schon wieder, wo die Schüsse hingehen. Und wieso habe ich da eine Wand geklebt? Ach ja, und... Man konnte diesen Anfang nicht mal skippen. Ich hasse Mechabirdo und das ist... Auch noch... Okay. Auch noch nicht gerade der schwerste Boss. Also... Auch schwächere Bosse zwischendurch gibt's noch. Oh nein. Stärkere Bosse. Hallo? Endlich. Und wieder eins vor. Gehe ich nun... Äh, ne, den Namen verrate ich nicht. Was da noch kommt. So, jetzt noch einen schönen hohen. Da waren gerade einige gute Treffer bei. Ne, komm, geh hoch. Und manchmal dreht er sich ein bisschen um. Juhu. Wie man sieht, alles wird schneller. Und Mechabirdo schießt... Laser aus den Augen. Und die Abstände werden größer. Und ich muss die Augen treffen. Wow, 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 wow. Und... Wow, das... Hat gerade besser geklappt, als ich gedacht hätte. Shit. Ihr seht's vielleicht. Die Spitzen leuchten so komisch. Das heißt, sie sind scharf. Und ich darf den roten Bereich vornedran nicht mehr berühren. Oh. Aber die zweite Form im ersten Versuch geschafft. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Und die kann schon wieder hier rumhängen. Leider hat das Ganze Byrdos Augen kaputt gemacht. Das heißt, jetzt hat's die ganze Zeit die Augen der dritten Form. Total dämlich. Oh, scheiße. Na komm. Nein, nein. Ich hab's kommen sehen. Interessanterweise tötet einen der Mond nicht. Die erste Form hält zu viel aus. Komisch hier. Das heißt, ich hab's... Und... Das heißt, ich hab's... Ich hab's... Ich hab's... Ich hab's... Ne, guck in die richtige Richtung, Kit. Mein Gott. Komm, das waren so viele Treffer. Noch ein Treffer. Noch ein Treffer? Ne? Wieso hat der es überlebt? Das darf er nicht. Wow, wow, das hat mich gerade... ...verwirrt oder... ...abgelenkt, dass es plötzlich schneller ging. Ja, ach... Ach, auch die Musik ist nicht so schön wie beim Mike. Irgendwie traue ich immer nur Mikes Musik hinterher. Komm, 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 komm. Yes. Wow. Das war wieder... ...nein, guck nach rechts. Ach, Mann, ich hab den doch getroffen. ...verdammte Scheiße. Ich hab den doch mal... ...sag mal. Irgendwie... Hallo? Manchmal dreht er sich direkt wieder um. Das Problem analog gestickt, geht ja ganz schnell eine kleine Bewegung. Und so eine kleine Bewegung sagt direkt andere Richtungen. Wenn ich etwas zu lange in die... oder stark zurückschnellen lasse, oder... ...dann ist das nur so ein ganz kleiner Impuls. Normalerweise fällt das gar nicht auf, weil es halt nur so wenig in die Richtung geht. Hier mal. Dass das digital dann umgesetzt wird, hat das leichtes Problem. Aber das kriege ich hin. Sehr schön. Jetzt müssen ein paar Treffer wieder... Die weg. Wow! Der Abstand war aber auch riesig. Der Abstand. Ich bin aber auch deren Bestand. Nein, du sollst noch rechts schießen Dummes Kit Shit, shit